What up YouTube, it's your boy, Tesselspoopa5579, at you again, mit meinem besten Content. Haha, lasst euch nicht lange stören. Ich wollte euch nur sagen, dass ich mal wieder in dem besten Anime aller Zeiten gucke. Haha, genau, ihr habt richtig geraten. Cut, Captor, Sakura. Yo, schaut euch das an. Was geht, Bruder? Kero, mein Freund, was ist das? Bestes Maskottchen. Yo, was geht? Hey, ho, ho, Sakura, ich liebe dich. Ah, geh weg. Kero, yo, bestes Mädel, bestes Magical Girl. Haha, wie ihr hört, ich hab meinen Spaß. Und ich hoffe, ihr habt den auch an diesem tollen Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Und das Wichtigste von allem, schaut Cardcaptor Sakura. Bis später. Bitschaaat.